Damit komme ich heute zu unserer Referentin, Frau Heineika Beck von der Universität Göttingen. Manchmal war es auch ein bisschen schwierig auszusprechen, deshalb nenne ich sie auch viel lieber Nika. Im e-Kult-Projekt ist sie eine Frau der ersten Stunde und hat, wie auch ich, viel Interesse und Freude an der Webinar-Technologie. Wir haben auch schon einige gemeinsame Veranstaltungen geplant und durchgeführt im Rahmen von e-Kult, unter anderem auch eine Ausbildung zur Moderatorin. Ich bin ganz gespannt, was uns heute Nika über die Webinare im speziellen Kontext der Hochschullehre berichten wird. Nika, ich übergebe an dich und klinke mich gleich aus mit meinem Video. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu dem Webinar, Webinare in der Hochschullehre. Vielen Dank für das Ausfüllen der Umfrage oder der Umfragen im Vorfeld des Webinars. Daran konnte ich sehen, dass ich es hier mit Profis zu tun habe. Ich hoffe aber, dass das Webinar Ihnen trotzdem gefallen wird. Bevor wir anfangen, über die Webinare zu reden, müsste geklärt werden, was sind überhaupt Webinare. Man könnte meinen, das Wort stammt aus zwei Wörtern Webinar und Seminar, also Seminare im Netz. Das scheint eine logische Erklärung zu sein. Man muss aber beachten, dass außer des Hochschulkontexts werden der Begriff Webinare für große Verkaufsveranstaltungen angewendet. In meinem Verständnis sind Webinare, und ich nutze diesen Begriff heute so, sind Lehrveranstaltungen, die mithilfe internetbasierter Technologie durchgeführt werden, mithilfe einer speziellen Software. Es gibt verschiedene Webinar-Software. Adobe Connect ist eine davon. Es gibt noch mindestens 10, 15 andere, die man nutzen könnte. Wir haben uns für dieses Werkzeug entschieden. Wenn man über Webinare spricht, muss man erst mal unter die Lupe nehmen, was kann die Präsenzlehrer. Die Universitäten sind heutzutage auf die Präsenzlehrer ausgerichtet. Oft bekomme ich die Frage von Lehrern dann ja an der Uni, wozu soll ich etwas online machen, wenn ich das auch präsent machen kann. Um zu gucken, wie man Webinare in der Präsenzlehrer bzw. in einer Präsenzuniversität einsetzen kann, muss man schauen, was kann man halt in der Präsenzlehrer machen. Was zeichnet die Präsenzlehrer aus? Unterrichtet man ganz traditionell in dem Kassenzimmer, braucht man keine spezielle Medienkompetenz. Man braucht eine Kreide und eine Darfer. Das ist alles grundsätzlich. Overhead-Projektor und andere technische Geräte sind schön, wenn es die gibt, sind aber keine Notwendigkeit. Die Präsenzlehrer hat grundsätzlich keinen Technikbezug oder nur sehr wenig Technikbezug, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Wichtig ist, dass Präsenzlehrer orts- und zeitabhängig ist. Sowohl der Lehrer oder sowohl der Dozent als auch die Studenten müssen sich an demselben Ort aufhalten, in derselben Zeit. Ansonsten funktioniert das nicht. Man kann Präsenzlehrer auch aufzeichnen. Das ist schon die Entwicklung der vergangenen Zeiten. In den letzten Jahren war das schon möglich. Es wird auch im Rahmen des eKult-Projekts daran gearbeitet, dass die Aufzeichnungen einfacher vonstatten gehen. Aber trotzdem braucht man ein bisschen Vorbereitung, wenn man eine Präsenzveranstaltung aufzeichnen möchte. Präsenzveranstaltungen sind traditionell ungefähr schon im Altertum, haben die Studenten ähnlich gelernt wie jetzt, wenn man die Präsenzlehrer betrachtet. Gut, und dann noch ein Punkt, wenn man in größeren Veranstaltungen, und ich spreche jetzt hier über Vorlesungen mit 200, 300 oder 150 Teilnehmern, dann ist die Aktivierung der Teilnehmer etwas umständlich, in der Präsenzlehrer umständlich bis unmöglich, also ohne Technik fast unmöglich. Das war die Präsenzlehrer. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, zu der Online-Lehrer. Ich habe in der Umfrage gefragt, was bedeutet für Sie E-Learning? Ich war mal neugierig, was Sie darauf antworten. Oft kommen Antworten auf diese Frage, auf die man dann eingehen kann. Oft kommen die Antworten, zum Beispiel, dass E-Learning Zeit und Ort unabhängig ist. Und dann hätte ich halt diese Antworten hier ein bisschen erläutern können. Aber in Ihrem Fall war das nicht so. Deswegen gehe ich das einfach durch. Online-Lehrer. Und ich spreche hier, das möchte ich betonen, ausschließlich von der Synchronen Online-Lehrer. Also das, was ich jetzt sagen werde, gilt nicht für asynchrone Arbeitsformen, Forum, Wiki, interaktive Übungsaufgaben und so weiter. Also das, was hier in dem Kreis zu sehen ist, das ist typisch für die synchrone Online-Lehrer. Der Bedarf Medienkompetenz. Ohne Technikaffinität, ohne Erkenntnisse im Bereich Technik, zumindest minimale Erkenntnisse, muss man haben. Ist technikbasiert? Ganz klar. Ja, meistens oder nicht meistens, sondern grundsätzlich Internet-basiert. Ortsunabhängig, aber nicht zeitunabhängig. Deswegen muss man aufpassen, wenn man über E-Learning spricht, das ist auch E-Learning. Also technologisch gestützte Lehr- und Lernszenarien gehören in meinen Augen zum Begriff E-Learning. Deswegen, Webinare sind aber nicht zeitunabhängig, nur ortsunabhängig. Die Aufzeichnung ist ganz einfach möglich, das haben Sie vorhin gesehen. Meine Kollegin hat einfach den Knopf gedrückt und die Sitzung wird aufgezeichnet. Online-Lehrer ist innovativ in dem Sinne von neu. Das ist die Herausforderung, aber das ist auch die Chance von Webinaren. Und man kann bei einem Webinar die Teilnehmer viel, viel einfacher aktivieren. Ich denke, ich weise hier wieder auf Vorlesungsszenarien hin, weil man hier die Technik sowieso schon fertig hat. Und die Technik ist schon bereitgestellt. Es gibt aber einen Punkt, bei dem die Online-Lehrer und die Präsenzlehrer sich treffen. Ja, was etwas Gemeinsames ist. Könnten Sie vielleicht raten, was das sein könnte? Also ein gemeinsamer Schnitt von Online-Lehrer und Präsenzlehrer. Sie können Ihre Meinung gerne in den Chats schreiben. Was denken Sie? Was ist das, was beide Szenarien auszeichnet? Denken Sie bitte an synchrone Szenarien, an Webinare wie diese Veranstaltung hier. Nun kommen noch ein paar Meinungen. Wenn keiner mehr schreibt, dann gehe ich weiter und dann schauen, was ich für Sie gesammelt habe. In dem Bereich. Gemeinsam ist bei beiden Szenarien, wie das Birgit geschrieben hat, dass beide zeitabhängig sind. Das habe ich hier nicht extra aufgeführt. Bedarf an Medienkompetenz. Meiner Ansicht nach braucht die traditionelle Präsenzlehrer gar keine Medienkompetenz. Also man kann Lehren ganz traditionell auch auf einer Wiese. Online-Synchron geht das nicht. Da brauche ich einfach die Technik. Das ist ein grundlegender Unterschied. Aber das Gemeinsame an den Szenarien ist, man vermittelt Inhalte live in beiden Szenarien. Es ist möglich, persönliche Beiträge von der Seite der Studierenden entgegenzunehmen. Und das halt gleichzeitig. Das ist so, dass man darauf sofort reagieren kann. Und in beiden Fällen kann man verschiedene Sozialformen einsetzen. Ich muss hier wieder unterscheiden zwischen Seminarsituationen und zwischen Vorlesungen. Bei Vorlesungen ist es ein bisschen komplizierter, Gruppenarbeit zu organisieren. Es ist nicht unmöglich, aber man braucht dazu ein bisschen pädagogischen Geschick. Aber in Seminaren ist es kein Problem. Also bei Lehrveranstaltungen bis 30, 35 Teilnehmern kann man das noch machen. Ja, jetzt gehe ich in Richtung synchrone Lernszenarien. Also jetzt verlasse ich die Präsenzlehre und ich konzentriere mich jetzt auf die Webinare. Und Lehr- und Lernszenarien in Webinaren, also in technologieunterstützten, synchronen Lehrveranstaltungen. Hier kann man auch verschiedene Stufen unterscheiden. Und man kann ganz traditionelle Webinare machen. Ganz, ganz einfache, wo das Niveau und die Schwelle sehr, sehr niedrig ist. Sowohl für den Dozenten als auch für die Teilnehmer des Webinars. So ein Szenario wäre ein Online-Vortrag. Das, was ich hier mache. Hätte ich keine Umfragen eingeblendet oder hätte ich sie nicht aufgefordert, etwas in den Chat zu schreiben, dann wäre dieses Webinar ein reiner Online-Vortrag. Und ich würde einfach nur über ein PowerPoint erzählen, ohne dass ich von den Teilnehmern Rückmeldung erwarten würde. Das ist sowohl technisch als auch didaktisch eine niedrige Schwelle und sehr empfohlen für Webinar-Anfänger, die noch nie Webinare gemacht haben, sich in der Moderation noch nicht so sicher fühlen. Für die ist das eine Form, bei der man gut üben kann. Man kann das auch umdrehen. Ja, Webinare kann man gezielt durchführen für Studierende, für Teilnehmer. Aber die Studierenden können diese Werkzeuge auch zum Lernen nutzen und sie können synchron zusammenarbeiten als eine Lerngruppe. Das haben wir hier an der Universität auch schon mal probiert. Einfach ist es nicht, die Studenten dazu zu bewegen. Die Technik ist für sie auch ein bisschen neu. Aber wir haben Schulungen gemacht und es gibt schon welche, die das ausprobieren und sich in den Raum einloggen und dort arbeiten. Es gibt aber auch sehr ausgefeilte Lehr- und Lernszenarien. Es hängt immer von der Technik ab, also Synchrone Online-Veranstaltungen sind immer technikabhängig. Es hängt immer von dem Raum ab, was man machen kann. Man muss einfach gucken, was möchte ich machen, was ist mein Ziel, welche Werkzeuge habe ich in dem Raum und wie kann ich mein Ziel durch diese Werkzeuge verwirklichen. Ein Grund, warum ich gerne Adobe Connect nutze, weil der Raum sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet und sehr flexibel ist. Und so kann ich sehr schöne Lernszenarien konzipieren. Eine Möglichkeit ist die Teilnehmeraktivierung durch Ton. Sie haben jetzt nicht das Recht zu sprechen, aber wir könnten Ihnen das Recht geben und dann könnten Sie sich zu dem Thema persönlich äußern, auch mit Ton. Wenn man ein Webinar alleine moderiert, was bei Hochschullehrern dann oft der Fall ist, weil sie nicht immer jemanden an der Seite haben, in der gleichen Zeit dabei sein kann, dann bedarf die Teilnehmeraktivierung durch Ton, durch Mikrofon schon ein bisschen Übung, sowohl technisch als auch organisatorisch. Aber es ist machbar. Und Adobe Connect ist dafür auch geeignet. Es gibt auch andere Räume, die dafür geeignet sind. Man kann auch sehr wohl Gruppenarbeit organisieren. Und hier zeigt sich ein Vorteil von Webinaren. Auch zum Beispiel, würde ich sagen, bei 50, 60 Teilnehmern könnte ich Gruppen von 10 Leuten machen. Und dann könnte ich halt Gruppenarbeit durchführen online, was ich in einer Präsenzveranstaltung nicht so einfach machen könnte. Welche Szenarien man wählt, hängt von den Lernzielen und auch von der Zielgruppe ab. Genau so ist es auch mit den Vorbereitungen für das Webinar. Wie bereite ich meine Studenten auf ein Webinar vor? Wenn ich mit der Gruppe viel zusammenarbeiten werde, wie ich zum Beispiel, als ich einen Lektoratskurs online durchgeführt habe. Das war situations- und handlungsbezogenes Sprechen online, synchron. Wir haben uns zweimal in der Woche für jeweils zwei Stunden getroffen. Also wir hatten vier Stunden pro Woche. So habe ich die Studenten darauf extra vorbereitet. Wir hatten eine Sitzung, wo wir uns nur mit der Technik beschäftigt haben. Und dann gab es halt weiterhin keine Probleme. Und ich habe halt hier auch die Studenten ein bisschen auf den Stand gebracht, damit sie mit dem Raum gut arbeiten können. Es hat sich gelohnt. Meine Zielgruppe Studenten hat diesen Schritt gemacht und es hat gut funktioniert. Habe ich eine Vorlesungssituation oder halte ich einfach nur ein Webinar, weil ich gerade irgendwo auf einer Konferenz bin, weit, weit weg von meiner Heimatuniversität und ich möchte meine Vorlesung nicht ausfallen lassen, dann mache ich einfach eine Vorlesung oder eine Sitzung als Webinar. Da brauche ich keine extra Vorbereitung. Ich meine für die Studierenden. Also wie kompliziert man das halt gestaltet, hängt wirklich davon ab, wie viel kann ich, wie viel kann die Gruppe und was ist halt der Bedarf, was ich erreichen möchte, was ist mein Ziel mit dem Webinar. Es gibt aber auch andere Kollaborationsmöglichkeiten, die die Technik erlaubt. Also nicht nur Vorlesung, nicht nur Seminar, Webinare, Webinare, die Seminare sind mit Aktivierung, mit Ton, mit Scheiben auf das Whiteboard und so weiter, sondern man kann zum Beispiel auch Sprechstunden online anbieten. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, man sagt einfach die Zeit, wenn man online ist und dann können sich die Studenten einloggen und sie können Hilfe holen, wenn sie das brauchen. Und ein spezielles Szenario ist für Webinare, ist eine Konferenz. Sie werden Ausschnitte sehen oder einen kleinen Ausschnitt sehen aus dieser DAF-Webkon-Konferenz. Die Konferenz, das ist eine Konferenz für Deutsch als Fremdsprache, die, sie dauert immer drei Tage lang, Freitag, Samstag und Sonntag findet das statt. Am 6. und 7. und 8. März war das dieses Jahr. Und die Konferenz läuft ausschließlich online. Und von morgens 10 Uhr bis abends 22 Uhr laufen die Vorträge in drei Parallelräumen. Das ist auch ein Szenario, das man mit Hilfe dieser Webinar-Technologie durchführen kann und durchspielen kann. So, jetzt habe ich Ihnen ein paar Dinge erzählt über Webinare. Und jetzt möchte ich Sie wieder ein bisschen aktivieren, damit die Sitzung ein bisschen spannend wird. Und ich frage Sie danach, wo sehen Sie den Einsatz von Webinaren in Ihrer Lehre? Können Sie sich das vorstellen, dass Sie Webinare irgendwo einsetzen? Wenn ja, dann wo, in welchem Bereich? Oder Sie sehen das so, dass Sie sich das gar nicht vorstellen können? Und meine zweite Frage bezieht sich auf die Risiken der Webinare. Wie sehen Sie die Risiken? Anhand dessen, was ich Ihnen erzählt habe und anhand Ihrer Erfahrungen, die Sie bereits haben, wie ich das am Anfang erfahren durfte. Also, ich biete Sie um Mitarbeit. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, es gab jetzt genug Zeit für Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich habe ein paar Punkte für mich notiert aus Ihren Antworten. Also, wie könnte man, wo konnte man das nutzen, diese Technologie, bei Weiterbildungen. Ja, hochschulübergreifend, länderübergreifend kann man das machen. Man kann auch Experten einladen, die weit, weit weg sitzen, die man dann nicht bezahlen könnte, wenn die hierher fliegen müssten aus anderen Ländern. Aber durch diese Technologie ist es möglich, sich mit Ihnen auszutauschen. Seminare kann man sehr gut in Webinarform halten. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen, die bereits durchgeführt wurden. Das ist mein Kurs, situations- und handlungsbezogenes Sprechen online. Vier Semester lang wurde das Seminar angeboten und die Studenten haben das dankend angenommen. Der Mehrwert für Sie war damals, dass das Webinar in einer Zeit angefangen hat, in der normalerweise kein Unterricht mehr stattfindet. Also, das Seminar stattfand von 8 Uhr bis 9.30 Uhr statt und das halt am Abend von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Und die Studenten, die an diesem Seminar teilgenommen haben, waren Doktoranden in erster Linie, die in verschiedenen Laboren gearbeitet haben und die ihre Versuche nicht unterbrechen konnten. Und so konnten sie parallel arbeiten und auch ihre Versuche verfolgen. Manchmal haben sie gesagt, Entschuldigung, ich bin für zwei Minuten weg. Ich muss meine Mäuse gucken, ob die noch leben. Ein anderes Szenario war von einem Kollegen von der Medizin. Er hatte seine Lehrveranstaltungen, aber er hat in einer anderen Stadt gearbeitet. Er hat Pathologie unterrichtet und er hat mit den Studenten sogar solche Übungen gemacht, dass er sein Mikroskop, das Mikroskopbild auf dem Bildschirm gezaubert hat, hier im Adobe Connect. Und dann mussten die Studierenden mit den Markierwerkzeugen bestimmte Stellen markieren, die er angefragt hat. Also, das war auch eine spannende Geschichte. Man kann Webinare auch, wie Sie das notiert haben, auch zur Organisation nutzen, Projektsitzungen, zusätzliche Sitzungen, Gremienarbeit. Dafür habe ich auch ein Beispiel. Ein Kollege macht das jetzt schon das zweite Mal, dass er eine Sitzung, also die Universität Seget aus Ungarn und die Universität Göttingen arbeitet zusammen im Bereich interkulturelle Germanistik. Und die Studierenden haben eine gemeinsame Lehrveranstaltung. In einem Jahr fahren die Deutschen nach Ungarn und in dem anderen Jahr fahren die Ungarn nach Deutschland. Die Studierenden tauschen sich aber halt via Adobe Connect aus und der Kollege organisiert das Seminar auch durch Adobe Connect. Da melden sich die Studierenden von Deutschland aus, an und auch von Ungarn aus. Und dann gibt es halt die Organisation der Arbeit. Ja, Risiken der Webinare. Fehlende Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Das stimmt einerseits. Andererseits habe ich dazu eine kätzerische Frage. Können Sie sicherstellen, dass die Teilnehmer in den Präsenzwebinaren, ich meine in den Präsenzveranstaltungen, in den Seminaren und in den Vorlesungen, wirklich hundertprozentig dabei sind? Also Sie können darüber nachdenken. Ich würde sagen eher nein. Also, aber jeder kann diese Frage für sich beantworten, wie er da sieht. Technikprobleme, ja, die kann es geben. Das ist Tatsache. Und deswegen haben wir auch bei diesem Webinar immer die Hotline-Telefonnummer. Wenn etwas nicht stimmt, wenn man plötzlich nichts mehr sieht, nichts mehr hört, dann kann man diese Nummer anrufen und nachfragen, ob jetzt jeder ausgeflogen ist oder nur man selbst. Ja. Ob man viel Zeit braucht für die Problembehebung, das hängt immer von dem Problem ab. In der Regel, das hängt auch davon ab, wie kompliziert man das Webinar gestaltet. Bei einem Webinar, das nur aus einem Vortrag besteht, ist das Risiko eines technischen Fehlers ziemlich niedrig. Bei Gruppenarbeit oder bei anderen kollaborativen Szenarien hat man halt mehr Probleme oder auch, wenn die Teilnehmer sprechen. Das kann man vorbeugen, wenn man das vorbereitet. Ich habe das vorhin noch gesehen, dass die gute Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist. Das bezieht sich sowohl auf die technische Vorbereitung als auch auf die didaktische Vorbereitung. Und dann kann man auch die Technik in dem Griff haben. Die technische Moderation muss gekonnt werden. Ja, also das, wie gesagt, ich muss wieder darauf hinweisen, es hängt von dem Szenario ab, was man genau machen möchte und was man macht. Und der letzte Punkt, Zeitverlust, weil Interkommunikation nur schriftlich möglich ist, wenn erlaubt. Das stimmt nicht. Sie dürfen jetzt nicht sprechen, aus dem Grund, weil dieses Webinar, weil die E-Kult-Webinare grundsätzlich frei sind. Jeder kann sich anmelden, der den Link hat. Wir haben keinen Kontakt zu den Teilnehmern vorher und wir wissen auch nicht, wie viele teilnehmen werden. Deswegen können wir die Teilnehmer auch nicht vorbereiten und wir können mit ihnen keinen Technik-Check machen. Aber wenn ich ein richtiges Webinar mache, wie mit meinen Studenten diese situations- und handlungsbezogene Sprecher, das gibt es sehr wohl eine Einweisung für sie, wo sie lernen, wie sie sprechen, wo wir ihre Mikrofone einstellen und so weiter und so fort. Und dann dürfen sie sprechen und sie tun das auch. Und in dem Fall, wenn ich das aktiviere, wenn ich die Sprechrechte gebe, dann könnte ich auch bei 50 oder 100 Teilnehmern ein paar Leute ansprechen und sie könnten antworten. Und das ging sogar viel schneller als in einer Präsenzvorlesung, weil ich halt kein Mikrofon weitergeben müsste mit meiner Hand, sondern ich sollte einfach nur die Mikrofonrechte geben. Ja, also vielen Dank nochmal für Ihre Arbeit und in den nächsten ein paar Minuten werde ich Ihnen zwei Beispiele zeigen, damit Sie sehen, wie sowas aussieht, obwohl Sie schon teilweise selber Webinare organisiert haben und auch an Webinaren teilgenommen haben. Aber vielleicht noch nicht so richtig in der Lehre. Es ist etwas anderes, so ein Webinar zu machen, wie dieses hier, eine Art Weiterbildungsveranstaltung, Fortbildungsveranstaltung. Und es ist eine andere Sache, mit Studierenden zusammenzuarbeiten. Das erste Beispiel ist die Einführung oder die erste Sitzung bei dem Kurs Medien der Sprach- und Kulturvermittlung. Ich habe natürlich, ich zeige nicht das ganze Webinar, das ging anderthalb Stunden, sondern ich habe einfach ein paar Szenarien rausgepiekst und ich habe die dann zusammengeschnitten. Dann sehen Sie halt ein paar Sachen, die wir mit den Studenten gemacht haben. Und das zweite Video ist eine Kurzaufzeichnung einer Aufzeichnung von der DAF-Webcon. Ich habe die Teilnehmerliste und die Fotos und alles ausgeblendet, obwohl die Veranstaltung online ist und frei zu erreichen ist. Aber wenn jemand das halt komplexieren möchte, dann gebe ich den Link und dann können Sie sich das halt wirklich live ohne Deckfolien anschauen. Falls die Videos in dem Raum nicht laufen, dann habe ich für Sie auch Links, die Sie aufrufen können. Ich gebe das jeweils in den Chat und dann können Sie den Link im YouTube direkt öffnen und dann können Sie sich das Video da angucken. Die erste Aufzeichnung ist von der DAF-Webcon. Achten Sie darauf, was die Kollegin erzählt, wie viele Teilnehmer Sie haben. Das finde ich interessant. Willkommen hier zum zweiten Tag der DAF-Webcon 2015. Wir freuen uns, dass Sie, du, wieder eingeschaltet seid. Und uns würde natürlich als erstes interessieren, bitte schreibt doch in den Chat, woher ihr heute dabei seid. Ich lese gerade Senegal. Vorhin war Patras und Paris schon angekündigt. Claudia sagt, bei uns ist es zwei Uhr in der Nacht. Wo ist es denn zwei Uhr in der Nacht? Mauritius, Wien, Frankreich. Wow. Russland, Polen. Rosnien. Sehr schön. Als wir gestern gestartet haben, waren erst fünf, sechs Leute drinnen, aber die fünf, sechs Leute waren schon aus vier Kontinenten. Und also hatten wir noch vor Beginn der offiziellen Konferenz eigentlich unser Ziel erfüllt, wirklich weltweit Teilnehmer zu haben. Und während des Nachmittages waren wir bis zu 130 Personen, die gestern am Freitag zugehört haben. Also wir sind jetzt, was die Menge und die Orte, aus denen die Teilnehmer kommen, schon einmal sehr zufrieden. So, das war die Aufzeichnung von der DAF-Webcon. Wie gesagt, das Video können Sie sich auch nach der Sitzung angucken unter dem Link oder direkt auf der www.dafwebcon.com-Seite und dann unter Programmübersicht. Dort finden Sie übrigens alle Webinare, die im Rahmen dieser Konferenz durchgeführt wurden. Jedes Jahr nehmen mehrere hundert Leute an diesem Webinar teil von allen Kontinenten. Also das ist eine Möglichkeit, die Webinare uns bieten. Und Webinare bieten das halt auch für die Hochschullehrer. Also man könnte auch eine wissenschaftliche Konferenz so durchführen. Das zweite Beispiel ist jetzt das Seminar Medien in der Sprach- und Kulturvermittlung. Und ich starte jetzt auch diese Aufzeichnung. Hier haben Sie den YouTube-Link dazu. Ich kopiere das gleich in den Chat. So, je nachdem, wo Sie das besser hören und sehen. Vielen Dank. Liebe Leute, brachten Sie bitte schon nicht mal eine quachige Stimme. Ich war stark erkältet, deswegen hoffe ich, dass die Stimme ein bisschen durchhält. Die ist momentan nicht angenehm, aber damit muss man leben. Hier noch einmal unser Seminartitel Medien in der Sprach- und Kulturvermittlung. Für die von Ihnen, die dieses Seminar schon früher mal gemacht haben, ich glaube, das sind zwei oder drei, wird es einige Änderungen geben. Für die, die ganz neu dabei sind, ist es, hoffe ich, ein spannendes und ansprechendes Konzept, was wir herausgearbeitet haben. Wie Sie anhand von dieser Comic-Zeichnung sehen, befassen wir uns mit den Thematiken der interkulturellen Germanistik weiterhin in diesem Seminar. Und dazu kommt noch die ganz große Passion von Frau Beck, eben halt die mediale Realisierung im Unterricht. Also, das ist unsere Veranstaltung. Im Forum habe ich noch nichts eingerichtet. Wir werden hier auch ein paar Themen angeben, wo Sie halt strukturiert diskutieren können. Wenn Sie mit den Begriffen oder mit der Arbeit Probleme haben, Sie können auch Fragen stellen und so weiter. Hier erstmal die Informationen zu der heutigen Sitzung und hier finden Sie wieder die Begriffe, mit denen Sie für die nächste Sitzung arbeiten müssen. Die Frage ist, wie definieren Sie E-Learning? Und alle Teilnehmer haben jetzt abgestimmt und theoretisch sollten Sie jetzt auch die Antworten sehen. Ich finde die interessant. Ich finde vor allem interessant, dass viele E-Learning mit dem Internet verbinden. Das ist interessant, weil man E-Learning früher ganz anders definiert hat oder früher gab es noch kein Internet, es gab trotzdem E-Learning. So, das war der kleine Ausschnitt aus der Veranstaltung. Wie Sie das sehen konnten, gab es einmal die Einführung. Wie werden wir halt im Seminar arbeiten? Danach habe ich den Studierenden das Werkzeug vorgestellt. StudiIP, das ging durch Spielschirmfreigabe und danach ging es in das Eingemachte, also in die Theorie und danach in die Praxis. Das war eine Blended Learning Veranstaltung. Wir haben uns mit den Studenten zweimal online getroffen und zweimal präsent und danach kamen sehr schöne Materialien raus am Ende. Diese Veranstaltung, es hat also funktioniert. Grundsätzlich kann ich anhand meiner Erfahrungen sagen, dass Webinare sehr wohl gleichwertig sein können wie Präsenzveranstaltungen. Man muss aber immer gucken, was ist der Mehrwert davon, dass man die Veranstaltung online macht. Im Falle meiner Studierenden war der Mehrwert die Zeit. Diese Studierenden hätten keinen anderen Kurs belegen können. Bei der anderen Veranstaltung war der Mehrwert, dass meine Kollegin in München lebt und zwei kleine Zwillinge hat. Das heißt, sie kann nicht jederzeit nach Göttingen reisen. So haben wir halt die Entfernung überbrückt. Es kann auch so etwas als Grund geben, dass zwei Gruppen zusammenarbeiten aus verschiedenen Ländern, wie das der Fall war und ist zwischen Ungarn und Deutschland. Also wenn dieser Mehrwert, wenn irgendein Mehrwert gegeben ist, dann lohnt es sich, Zeit in ein Webinar zu investieren und dann ist das sehr wohl gleichwertig wie eine traditionelle Präsenzveranstaltung. Und jetzt geht es ein bisschen in Richtung Technik und in Richtung Adobe Connect. Wie ich das Ihnen schon gesagt habe, es gibt auch andere Räume. Es gibt sehr viele Räume. Wir arbeiten hier an der Universität Göttingen und im e-Kult-Projekt mit Adobe Connect. Ich mag dieses Tool und ich bevorzuge dieses Tool wegen den Möglichkeiten, die es bietet. Aber gucken wir mal einzeln ein paar Highlights, die interessant sind vom Adobe Connect. Eine Möglichkeit ist diese Feedback-Funktion. Die Teilnehmer können während der Sitzung Hinweise geben, dem Moderator Hinweisen geben und der Moderator kann dann das Webinar bzw. das Sprechdempo anpassen, je nachdem, was die Teilnehmer halt anklicken. Und es ist auch gut, das ist ein schönes Zeichen. Ich mag das, wenn meine Teilnehmer das nutzen in Lehrveranstaltungen. Das hier, wenn das Telefon plötzlich klingelt, wenn man ein Glas Wasser holen möchte usw., dann klickt man auf dieses Zeichen und dann sieht man, dass man die Person nicht anzusprechen braucht. Also diese Feedback-Funktionen ersetzen die Metakommunikation quasi, die definitiv fehlt. Ja, der Chat, den haben Sie kennengelernt. Chat kann man ganz normal nutzen zur Kommunikation, aber man kann Chat auch didaktisch einsetzen. Ein Beispiel sehen Sie, am Ende dieses Teils werde ich den Link geben, auf der Seite der Adobe Connect DACH-Wiki unter Seminar für Szenario 1. Das ist auch ein Ausschnitt aus dieser Veranstaltung Medien in der Sprach- und Kulturvermittlung. Dort haben wir den Chat zur Vorstellung genutzt. Also den Chat kann man hier im Adobe Connect sehr gut auch zu didektischen Zwecken nutzen. Man hat ein Schreibwerkzeug. Die Teilnehmer können an das Whiteboard schreiben und das gleichzeitig. Das funktioniert. Man kann auch andere Zeichen setzen. Das war, dieses Werkzeug hat es ermöglicht, dass der Kollege in der Pathologie halt die Mikroskopbilder markieren lassen konnte. Und hier dieses Werkzeug im Einsatz und zwar aus einem E-Kult-Webinar sogar. Also das war noch im Sommer, denke ich, im letzten Jahr. Die Teilnehmer haben markiert, aus welchen Städten sie kommen. Das sind alles Möglichkeiten ohne Tonaktivierung. Ja, hier sehen Sie die Umfrage, die Sie auch gemacht haben und die Sie vorhin auch live im Einsatz sehen konnten. Das war eine Umfrage, wo die Teilnehmer jeweils eine Zeile als Antwort eingeben können und konnten. Ja, hier ist wieder ein Ausschnitt aus einem E-Kult-Webinar. Hier nutzte die Kollegin mehrere Umfragen auf einer Seite. Das haben Sie auch kennengelernt vor der Sitzung. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit für die Aktivierung ohne Ton. Also da sind schon mal ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Teilnehmer ohne Ton aktivieren kann. Ja, und ich bin am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen haben, bin ich gerne dabei und ich antworte Ihnen. Gut, ja, dann möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit, Nika, für die interessante Präsentation und die Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse stimmt, die Telefonnummer stimmt nicht, wie mir Nika gerade gesagt hat. Von daher bitte nur die E-Mail-Adresse nutzen und nicht die Telefonnummer. Gut, dann können Sie sich einfach rausklicken. Das Webinar ist beendet. Einfach oben rechts über das Kreuz das Fenster schließen und dann sind Sie. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ja, danke schön. Tschüss. 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 Tschüss.